Leila, 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 leila. Im Orient gibts ein Lokal, das Café Oriental. Jeder Scheiß war schon einmal, im Café Oriental. Das Lokal ist ein Magnet, dort gibt's Frauen ohne Zahl und wer super zu, der geht ins Café Oriental. Leileileileilei, Leileileilei, Leileileilei, Oriental. Doch weil ich so gärle bin, im Café Oriental, geh ich morgen wieder hin, ins Café Oriental. Aber lacht mich einer an, frag ich sie erst einmal, sag sie, haben sie einen Mann, im Café Oriental. Leileileilei, Leileilei, 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 Leile